Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu HUTE, alles Guts Online. Ja Moin, jetzt wollte ich kurz übersaugen und er nimmt direkt auf und er Moin. Ich weiß nicht was die GPU hat. Also die CPU hat 47 Grad. Oh mein Gott, das Spiel... 47 Grad. Wow, Aura, fährt weg. So, wie kommen wir von der Wache weg? Wir beschwören unseren Begleiter. Der Begleiter soll ihn ablenken und wir laufen. Robby, Ali, wie fragt ihr mich auf? Oder wie lange warst du vor? Keine Ahnung. Haben wir gar nicht besprochen, ne? Nö. Mal schauen, ob der andere Post da ist. Was hast du denn schon wieder vor, Philipp? Du so wolltest wissen. Dürmer oder wie, er nicht nachfragt. Ja, aber weil ich das letzte Mal so nachgefragt hatte, hast du was im Sinn. Im Sinn habe ich immer was. Oh fuck, ich muss mich verstecken. Und der drunter... Ja, ne, mein Stühle... Ist über ein Spiel... Ist einfach nicht... Mich hat es einfach rausgehauen. Ja, dein Internet... Du hast das schlechtes Internet aus. Blali, Alter, ohne... Ihr solltet mich jetzt höher, dein Internet hat erhaupt, ne? Perfekt. Geh zum. Geh zum... Zuhal-Willshaus. Zuhal-Willshaus. Loll, ich glaube ich wurde... gesperrt. Although das kack Internet... das ist schön für dich ich verlipp ok jungs extreme I got an idea and we will do it we can see the garbage house der boss is da der boss is da gehen raus den boss den boss wieder machst ohne uns nein bei dem boss ist keiner der kommt zu mir bei dem boss ist uns keiner ich kann doch nicht habe ich bitte jetzt endlich mal die fest fertig ich hab die fährt ich hab die fest ich bin jetzt erst stufe 16 geworden aus King schon seit ungefähr 15 ich bin immer noch 15 mich auch ich bin 50,15 Rüstungen für Assassine hier das Problem du suchst das Haus von David Urano das Haus ist wo? ja jetzt gleich später wo ist das Haus? ach da da wo du davor warst irgendwie saugeil wenn irgendein Typ in den Gedanken ist ne der mir viele gibt so öffnet man kann ich das Programm da muss man jetzt schauen ab der Bio stamp komm dir mal bitte äh warum du mach das ist doch jeder die Quest obwohl niemand gesagt hat dass wir in der Nähe sind du äh grad ich mach keine Quest nicht wir haben auf dem Boss besitzen ich bleibe eure Quest nicht ab ich mach eure Quest nicht ab ich mach sie nicht ab ich mach sie nicht mehr ich mach sie nicht mehr unter welchem schaust du du? wo bist du denn King? im CPU äh äh du bist da irgendwie komplett irgendwo da unten ne ich hab mir gesagt 1,2,3,4 ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge wir haben hier ein Schneidertisch ach das war ein Schneidertisch ja ich warte bis die anderen bis die anderen beide die Quest fertig haben und ich reit derweil zu wieviel Grad haben sie es? jetzt gerade weiß ich es nicht ich bin irgendwie bei 30 wahrscheinlich 47 Grad ich bin ungefähr bei 70 ungefähr ich bin gut dabei bei 41 hast du ne Wacky? was hab ich? hast du ne Wacky? wasser Wasserkühlung meint er äh aber ein größeren Kühler und nicht ein Standard oder? ich glaub der Computer so gekauft oh Gott schon wieder so eine PC fertig gekauft er kennt sich nicht jeder so aus wie du ja man kann nicht dann muss ich nicht auskennen und bitte nochmal doch eigentlich schon für mich einer war eh so gut dass ich das nicht man will dir dass die ganze kommt dass die ganze dumm Wette und so ja und mein Piz oh Gott sogar mehr hey ich hab einen Maggi-Anzug für dich leicht oder Oli ihr braucht einen Maggi-Anzug na komm ja doch jetzt haben wir das meiste äh werte gleich wieder 3 ich hab mir kurz was zu drinken wo ist denn der Boss? bist du bei mir? und wo ist denn ja ich bin da oben den schnell machen bevor der fette bevor Ali fertig ist der fette ja dann machen wir erst die kleinen hier oder? nein der triggert alle dann wenn wir die kleinen angreifen ja dann gehen wir drauf oder was? da ist der folgen weh verschwindet oh mein Gott ich sterb safe er ist viel zu stark 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 hauart nein 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 oh mein Gott ja wenn Philipp kommen würde und oh mein Gott Philipp müsste halt die Agro ziehen den kleinen kann ich dabei töten nicht der große doch so der kleine ist da naja wenn wir es vielleicht kiten ne ich kiten ja grad ja ich mein und dann nehm ich ihn wieder und dann ja genau jetzt gehst du drauf stirb 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 die ich bin fast down muss weg bitch bitch get out the way eh eh eh! eh eh eh! Philipp hast du Zeid oder so und könntest du zu uns kommen weil du bist ja auch schon fertig mit der Quest verschwindet brigand ich habe kein leben da wieder kommst du bitte jetzt schnell mal zu uns wir machen gerade einen boss und teleportiert ich aber zu mir oder zu kriegen wenn wir auch ließ bei mir ja aber ich kann mich nicht bei die zu ich komplett ja bei uns an der stadt gehst du im alter ja dann telefon kriegst du den punkt bei dem wir sind verkauft erst mal versuchen ich habe ja ich habe ja nicht gerichtet ali ich habe davor gesagt philipp soll zu mir kommen aus der g seit selber schuld wenn wir nicht dabei warst du nicht angesprochen wo ist der typ abgehauen wie kann man die tränke einsetzen und dann noch mal mit verboten doch da ist er doch greift doch mit an jetzt greift damit an gott ist der ist voll stark der scheißboss ja aber der heilt uns gut im gegensatz zu philip die der war geil alter so true so true so true so true alter so true alter oh man hey du feines ding oh wie hart wie fast der helft ne hehehe ja man wir sollen den dunder nicht helfen dass der sich merkt da rein da da musst du merken dass ich niemals folgt oder ja ja das denke ich mir auch rüber oh jetzt will ich einen tick zu nah ran ich merke sogar da manchmal fühle ich mich sogar verfolgt wenn ich gar nicht obwohl mich niemand verfolgt ach shit folgen wir sieht das halt einfach so an und er merkt einfach so gar und so richtig penetrant da der internet ist ab zu karten war schön für dich ich versteh ihn grad und ich hab auch ja ja schon aber er leckt immer wieder weg so ich hasse das wenn du diese blase macht da kann man ihn nicht angreifen wenn man nachkauf ist doch kann ich schon du musst so ganz ganz leicht außerhalb der blase stehen hm 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 ja und wir haben immer noch ich kann ja auch ein ein fünftel würde ich sagen verboten aber wie wir hatten wir ja die alte Zeit das heißt ja der typisch nicht gut der heiler nicht so wie Philipp ja ich bin ja auch ein Tank der so sich heilt deutsch ja aber wir haben ja von Anfang an gesagt du sollst auch heilig denn ja Digga nur nur Heilung bringt nichts wir doch mal schon tank hier du musst auch verteidigen äh das heilig macht dich doch zum Tank den letzten Ding mach ich noch ja auch nein Philipp ist dann helft er zu bekommen das wollte ich genau das jetzt ja was für Helfer ist schon down guck mal nicht hier auf ein bei mir sind noch nicht daran äh ich helfe dich ich mir alter ja wie ich hier alter perfekt ach man jetzt kriegt Philipp die gleichen Sachen wie wir nur Scheiße ich bekomme nur Scheiße also Erfahrung und äh und Seelenstein das ist das Wichtige an ihm Seelenstein ja Seelenstein ist echt nice ist ok uh ne 1900 mittlere Rüstung geil was ist denn hier neben uns die Festung aha ich hab mir leichte Rüstung doch Ali gehört für dich ich hab noch für dich die schwere Philipp aber Ali sollte in der Stadt bleiben weil wir müssen zu Ali uns teleportieren weil wir bei Ali in der Nähe wieso hast du in Handel ja weil ich auf die Map gekommen bin ich fang da weil mein Ratzfatz auf Pokemon Go während der Quest ich teleportiere mich mal zu Ali ich teleportiere mich mal zu Ali what the fuck Alter ist das für ein Ding Alter für ein Ding Alter Nächsten Menschen das ist der feine wurde angewehrt von den Nächsten Menschen hey du feines heiß mein Scheiße oh Philipp deine sexy Arme Alter können wir mal den Rezepts Alter ich verkennt ihr mal die Witte Befälle haha auf einen Kampfer aufstehen da wieder der King soja bist du also gegen du bist du gewinnt naja wie geht wecker schmuckern ja moin ok war zu fest um einige übersteigte bobetat so ich bin in der Nähe von Ali ich hab Philipp gefragt ob ob die um ein einiges der war als die was im Moment hatte Alter lauf mal schneller du du gehst nur auf den Sack bin bei Robby oh ok 10 Jahre später warte mal warte mal ne wir machen die jetzt nicht weil Ali muss da noch was machen geh jetzt erstmal noch kurz verkaufen irgendwo hier komm hey Robby was hat denn dein Torso äh warte ich sagst du gleich warte äh Torso 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 ich hab 1628er was habt ihr anzubieten verkaufen würde ich gern hier weg mit dem Dreck er ist in diesen Schuppen gegangen warten wir bis er wieder rauskommt auf den Schneider mal das ging schnell ja ey let me know back to the end du versuchst eigentlich schon eine Folge jetzt vorbei sein eine wir sind schon bei der 4. jetzt oder nein ich mein kontaktiert hat echt nicht hast du die zwischendurch äh ja neu angefangen ja weil sonst wären die 20 mit uns safe schon rum wir werden es auch guten 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 ich bin einfach voll das unehrenhafte schwein ich bin einfach voll das unehrenhafte schwein ach bei mir ach hier ist ein Händler oder irgendwo du bist nicht die Händlerin seid also der Störenfried der Ravils gesamtes Werk zunichte gemacht hat da hinten der verkauft mir Ausrüstung äh die Einrichtungsgegenstände oder da boah ich konnte gerade auf der Kiste stehen ha 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 looten 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 wo kann man eine Einrichtung kaufen Robby ja aber leider gibt es dann nur Kacke eine Uniform des Businesses einzig was ich da vielleicht noch kaufen würde vielleicht einen Tisch und zwei Hocker oder so wo kann man das kaufen bei weil da wo ich bin äh hier sucht ein Haus aus und schaut nach was ihr herausfinden könnt ja aber ich glaube ein T-Tisch durch ich hab mir jetzt zwei Tische ich hab mir jetzt einen Tisch und zwei Hocker gekauft ja ja wobei ich brauch vier Hocker ich brauch vier Hocker ja und vier Hocker wieviel sind das dann insgesamt ja keine Ahnung 650 ok 650 das ist in Ordnung geh ich mal rein ins Haus Robby warte oder was ich hätte ne Rüstung zu sehen ja ich nimm's dann drauf Tränke gegeben ich geh auch in mein Haus warum ja dann warten dann hab ich ja dann später wenn ich da fertig bin warte ich vor der T-Tier dann kannst du mir da gehen Ali wie lange brauchst du noch mit der Quest? sooo was machst du überhaupt für mich fest da Ali? das ist mit den Typen da den du verfeuern musst und so behindert achso die Schuhe fest ja das ist echt kacke aber da bist du wenigstens gleich fertig aber da bist du wenigstens gleich fertig sooo schön einrichten jetzt hier das wisst ihr wisst ihr was ich liebe das ist das was ich am meisten liebe ne die meisten denken das nicht aber das liebe ich am meisten so in MMOs so Häuser und so kack Häuser einrichten meinst du? ja ja so insgesamt so Häuser und scheiß das housing man bin ich mal übelst nice er housing dann spiel habo äh spiel habo oder wie das heißt ah ich war habo war geil habo hab ich früher gespricht war doch voll der Boss man ebenfalls als die Wachen hörten einen Kampf ich nehme ich hab nur leider meine Zuwingsstaaten nicht mehr ich glaube ich wüsste noch wenn ich mich einloggen muss lebendig hätte er uns vielleicht noch irgendetwas genutzt aber es ist genauso gut so ich bin auch Level 16 auch mal ich hab ne Weile für die Quest gebraucht so ist das nicht gemütlich Hauptsache wir sitzen alle neben dem Tisch echt chillig so Stühle ein bisschen weiter weg vom Tisch ist uns ungemütlich was mich in Harbour immer angekostet war dass die Wohnung so klein war hey ich hab mir ne größere gekauft ich auch aber die war mir dann immer zu klein am Ende ja ich hatte irgendwie keine Ahnung wie viele wohnungen die mit dann verbunden waren ich hab die eventuell auch bisschen reingecrasht deswegen das finde ich das housing es gibt ja ein Spiel wo das housing wirklich wirklich übernice ist und das Spiel ist auch übelnice eigentlich aber das haben wir leider noch nicht so viel gespielt und Black Desert Black Desert Black Desert an sich ist ja übel das geile Game ja mal gucken vielleicht wenn wir mal mit Tee so fertig sind ja weil das Ding ist Black Desert ich liebe es ja aber das Ding es hat zu viele für mich ist das zu viel zu viele attacken und so verschiedene schon ich finde das gut aber es ist so wenn es zu komplex ist tut es nicht das auch ein bisschen so abstoßen was ist jetzt die nächste question was die nächste dann ist erstmal will ich jetzt schauen ob das passt so jetzt passt das kann sich hier hinocken ach chillo millo kennt ihn hier bitte einmal hinsetzen dann in die andere Richtung geht das nicht nah mein Zimmer ist jetzt so richtig schwul aus alter what the fuck echt ich mach es echt okay muss ich halt kein bettiger ausrichten damit anfangen ich habe gerade was gefunden wo ich meine monturen zu ändern kann ich warte raus noch die glaube ich bin gleich fertig mit einrichten ich musste das irgendwo anders sind platzieren da man irgendwie sich sonst vorne nicht hinsetzen konnte also so rum nach der folge muss ich jedenfalls mal ganz kurz pause machen muss geschäfte tätigen die nicht in die aufnahme mit einem gewissen machen man kann sie jetzt richtig richtig in hocken das ist so ein geheimen ding irgendwie das ist die voll mir ist aber so richtig so keine ahnung tisch vier stühle und so eine kerze ist so richtig unheimlich dann so ein schwarzer nachtelfe und ich bin jetzt da eigentlich so bist du mein gott ich bin jetzt stehen draußen ist eine truhe die ich klauen kann feuerstein endlich so hat ja auch lange genug gedauert bitte was so bin dabei die party oder was ja also ich schuze ich tue gerade mal ein bisschen vorwieg nimmst du an ja bock dich her zu handeln jetzt könntest du deine beschäftigung erledigen erledigen so lange nicht da ist ich bin doch da dankeschön aber es war es auf jeden Fall auch mit der folge hotfam bis dann tschö 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 tschö